Die Eigenständigkeit der didaktischen Interpretation nun liegt darin, dass sie weder das Musik- bzw. Werkverständnis voraussetzen, noch den Sachanspruch des zu interpretierenden Werkes rücksichtslos zur Geltung bringen kann, sondern dass sie den Hörer voll im Auge behält und ihn dort abholt, wo er nach Hörerwartung und Rezeptionsvermögen vermutet werden muss. Diese unmittelbare Verknüpfung von Werkanspruch und Höreinstellung von Sache und Mensch ist der besondere Auftrag einer didaktischen Interpretation der Musik. Ihr Wirkungsfeld wächst mehr und mehr über den engeren Bereich von Schule und Hochschule hinaus. Programmerläuterungen in Konzert und Oper, Werkeinführungen in Funk und Fernsehen, Informationen auf Plattentaschen, Konzertführer. Umso dringlicher wird die Entfaltung einer Lehre von der didaktischen Interpretation der Musik. Sie ist nicht einmal in Ansätzen vorhanden. Der revolutionäre Einbruch der audiovisuellen Medien in die Musikkultur der letzten Jahre unterstreicht diese Notwendigkeit. Die Problematik ihrer Verwirklichung indes ist immens gewachsen. dass wir gut dort sind. Sehr gut.